dominante größe ein podcast von und mit lady penelope ich bin die expertin für die sexuelle erfüllung von devoten männern und möchte dir in diesem podcast zeigen wie du deine geheimsten fantasien und vorlieben endlich ausleben kannst hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge des podcasts dominante grüße von lady penelope heute möchte ich mit dem über das thema sprechen ob online erziehung eigentlich fremdgehen ist also ist es fremdgehen wenn du eine partnerin hast und zu mir kommst und es dir von mir im chat am telefon oder vor der webcam so richtig geil besorgen lässt und dadurch deine befriedigung findest dazu hat mich eine e mail erreicht von sklave f ich nenne natürlich in diesem podcast keine klarnamen deswegen nur sklave f er schreibt sehr geehrte lady penelope zunächst einmal möchte ich ihnen mitteilen dass ich wirklich froh bin sie gefunden zu haben sie sind wirklich faszinierend und fesselt dankeschön ich heiße f bin 48 jahre jung und relativ unerfahren als sklave ich bin sehr devot deswegen stellt sich mir die frage ich bin verheiratet und würde gerne einer dominanten dame dienen wie ist das vereinbar ohne dass die ehefrau das mitbekommt ich erhoffe mir von ihnen einen rat zu erhalten wenn nicht ist das auch nicht schlimm sie geben mir auf jeden fall hoffnung doch noch meine herrin zu finden danke dass sie sich uns sklaven annehmen und ehrlich versuchen zu helfen demütige grüße aus dem sauerland sklave f ja ich finde dass das eine ziemlich verfahrene situation ist also f ist offensichtlich verheiratet und ich weiß nicht wie gut ihr läuft ob die beiden sich ehrlich lieben und einfach nur das sex leben zu kurz kommt im alltag ist das ja leider oft so dass wir uns irgendwann nicht mehr die zeit dazu nehmen ja sexuell erfüllt zu sein vielleicht ist es auch wie bei vielen sklaven dass er sich einfach nicht traut seiner frau ehrlich zu sagen was seine vorlieben sind das ist ja auch schwer erst mal bedanke ich mich für deine offenheit für dein vertrauen mir gegenüber dass du mir geschrieben hast und hoffe dir jetzt vielleicht ein bisschen rat geben zu können ich weiß natürlich nicht was in deiner individuellen beziehung falsch läuft ich bin ja auch ausgebildete sexualtherapeutin habe da viele kurse zu belegt weil mich das thema einfach interessiert vielleicht erst mal mein standpunkt für mich ist es zu einer domina zu gehen online und auch real nicht fremd gehen unter der voraussetzung dass das passiert wenn der partner davon weiß ich mache das mal einem beispiel fest ich war zwei jahre zusammen mit einer frau also ich bin bisexuell und habe sowohl männer als auch frauen beziehungen gehabt im moment lebe ich mit einem mann zusammen auch sehr glücklich ich denke das ist der partner fürs leben mit der besagten frau viktoria hieß sie hatte ich zwei jahre eine sehr erfüllte beziehung auch sexuell und nach einem halben jahr kam sie zu mir und hat gesagt also sie war oder ist devot veranlagt und stand darauf von mir gefesselt zu werden ausgepeitscht zu werden sie hatte eine große eine große faszination für schmerzen und sie kam dann zu mir werden schon oft darüber gesprochen dass sie devot ist hatten auch schon viele dinge ausgelebt meine ersten erfahrungen als dominante frau im übrigen das war noch bevor ich ins sm studio gegangen bin kam zu mir und meinte hör mal andrea ich habe dann ein problem und ich okay was ist los ich stehe darauf dass du rauchst und dass du die zigarettenstummel an meinem po ausdrückst das mit dem ausdrücken wäre jetzt vielleicht nicht mal so thema gewesen aber ich bin starke asthmatikerin und rauchen ist für mich einfach ein ja ich kann es einfach nicht ich kann nicht rauchen sie war dann relativ unzufrieden mit dieser antwort und wir haben dann lange darüber geredet was wir jetzt machen können sie wollte das auf jeden fall ausleben und in meinem verständnis ist es so dass lieben auch heißt sein partner in einer gewissen situation gehen lassen zu können für mich ist es wichtig dass mein partner sich ausleben kann dass er glücklich ist das ist für mich liebe das liebe heißt für mich dass mein partner glücklich ist dass ich meinen partner glücklich mache und es gibt situationen im leben so wie bei mir jetzt mit dem asthma dass man das einfach nicht ausleben kann dass man das seinem partner nicht geben kann ich hätte das gerne gemacht ich kann es aber gesundheitlich nicht und wir sind dann zu dem schluss gekommen dass sie eine domina aufsucht mit der sie diesen fetisch ausleben kann ich habe immer davon gewusst und ich war auch nie eifersüchtig weil ich diese ebene sexualität und beziehung trennen kann für mich wird schwierig wenn meine partnerin oder mein partner gefühle für einen anderen menschen hat solange es sich nur um sexuelle fantasien erregung dreht ist mir persönlich das egal deswegen ist mein standpunkt seine vorliebe mit jemand anderem auszuleben ist nicht fremdgehen wenn der partner davon weiß das ist mein standpunkt für mich hat fremdgehen immer etwas damit zu tun dass ich nicht davon weiß dass mein partner etwas macht deswegen ist mein rat an jeden sklaven der sich bei mir mit dieser frage meldet rede doch einfach mal offen mit deinem partner darüber ich weiß dass dir das wahrscheinlich unheimlich schwerfällt vielleicht bist du auch mit einer frau zusammen die das niemals umsetzen wird die dich für pervers hält die die sagt du bist nicht normal ich habe auch schon sklaven gehabt die sind dann nach 20 jahren ehen zu ihrer partnerin gegangen und haben gesagt ich brauche das ich muss das jetzt haben und die partnerin war so schockiert dass sie gegangen ist das ist sehr schwierig für eine person die nicht in dieser beziehung lebt zu sagen was da das richtige ist ich für mich kann nicht mit einem partner leben den ich die ganze zeit belügen muss weil dieses dieser fetisch dieses dominant sein ist für mich hat für mich einen sehr hohen stellenwert das ist etwas was mich ausmacht mein aktueller partner ist nicht devot oder dominant wir haben eine ganz normale beziehung wir haben ganz normalen sex aber er weiß einfach dass ich das brauche und gesteht mir ein dass ich das machen darf und ich wäre nicht mit diesem mann zusammen wenn das nicht so laufen würde wenn der gesagt hätte du gibst deinen job für mich auf du machst das nicht mehr mit diesen perverslingen in anführungszeichen gibt es ja viele leute die das so sehen hätte ich gesagt okay danke für die schöne zeit ich bin dann jetzt weg mein partner liebt mich ich liebe meinen partner wenn ich mit meinem freund schlafe habe ich schwetterlinge im bauch das habe ich mit meinem hausklaven nicht wenn ich meinen hausklaven in den arsch ficke empfinde ich lust dabei aber ich liebe meinen hausklaven nicht wir haben eine tiefe emotionale beziehung aber ich spüre keine liebe zu diesem menschen und das ist für mich einfach der unterschied wenn bei mir frauen anrufen und sagen du du bist mit meinem mann fremd gegangen passiert öfters leider dann muss ich darüber immer lachen weil das für mich nichts mit liebe zu tun hat dass diese für mich lieben diese 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 menschen ihren partner nicht sondern sie wollen ihn besitzen das ist für mich ein großer unterschied wenn ich konfuzius hat mal gesagt was du liebst lass frei kommt es zurück gehört es dir ja ich finde wenn ich meinen partner liebe dann kann ich ihm zugestehen dass ich zu jemand anderem gehe so ich denke im fall von sklave f wird es so sein dass er mir sagen wird nein ich kann auch gar keinen fall mit meiner frau darüber reden die sagt ich bin pervers und sonst was das ist deine persönliche meinung ich möchte hier niemanden dazu aufrufen auffordern dass er irgendwelche dinge mit mir macht von denen seine frau nichts weiß ich ganz persönlich denke dass es nicht meine aufgabe ist hier der sittenwächter zu sein ich möchte meine passion meine vorliebe ist es menschen zu befriedigen und ich mische mich nicht in ihre partnerschaft ein so wenn es jetzt so ist dass du sagst ich möchte auf gar keinen fall mit meiner frau darüber reden ich möchte das alleine für mich geheim ausleben ich persönlich finde auch dass es eine paar sexualität gibt die gehört euch beiden und es gibt eine individuelle einzelne sexualität gehört nur dir und in dieser darfst du auch dinge ausleben von dem dein partner nichts weiß für mich persönlich ist das nicht fremdgehen ich fände es natürlich cooler wenn du offen damit umgehen würdest und zu deiner frau gehen würdest und sagen würdest ey schatz hör mal zu ich habe die letzten jahre diese fantasie und ich möchte die jetzt endlich ausleben lass uns das bitte machen und sie sagt dann nee habe ich keinen bock drauf dann finde ich es legitim wenn du zu jemand anderen gehst der dir diesen wunsch erfüllt darüber ich kommt bekomme jetzt bestimmt böse kommentare von ehefrauen in dem podcast wie kann man sowas machen das ist aber meine persönliche meinung und in diesem land herrscht nur mein meinungsfreiheit und ich darf das offen sagen punkt ich frage mich auch wenn ein partner zu einer domina geht und die frau weiß nichts davon was läuft in dieser beziehung dann falsch das ist auch das was ich den frauen am telefon immer sage dein mann ist zu mir gekommen warum ist er nicht mit dieser fantasie zu dir gekommen obwohl du ihm doch eigentlich viel näher stehen solltest was läuft denn da schief so wenn du es geheim machen möchtest geht das natürlich mit mir ist gar kein problem du bist immer anonym im chat am telefon vor der webcam real ist das ganze ein bisschen schwieriger ich habe bei sklave f rausgehört dass er sich auch langfristig gesehen wünscht eine herrin zu finden die es ihm auch real besorgt da finde ich persönlich ist es dann auch ein organisatorischer aufwand weil das ist ja dann du musst zu dieser person ja immer hingehen das heißt du musst mindestens eine gute gute erziehung real finde ich ganz persönlich also in meinem hausklaven unter vier stunden machen wir da nichts weil mich das einfach nicht erfüllt mit meinen putzklaven habe ich das auch immer so gemacht dass sie für vier stunden kam also immer freitags nachmittags dass dann ja auch zeit dabei drauf geht und als ehemann familienvater wie willst du das über wochen immer verheimlichen das machte ja auch ein schlechtes gefühl ich finde wenn du das real ausleben willst ist der punkt gekommen an dem du zu deiner frau gehen solltest und sagen solltest ich muss das jetzt haben weil sonst zerstört das deine beziehung erst recht weißt du was ich meine weil dann so ein riesengroßes geheimnis da ist das steht ja auch immer zwischen euch wenn du das aufbaust und ich finde einfach dass man dann spätestens offen damit umgehen sollte ja wie man mit seinem partner darüber redet ist glaube ich sehr sehr schwer und kommt auch darauf an was für ein stellenwert das ganze bei dir hat in meiner täglichen arbeit erlebe ich immer wieder männer die diesen starken wunsch haben ihr kopfkino endlich mal auszuleben und sie dürfen es nicht weil sie sich verbieten weil sie angst davor haben ein klärendes gespräch mit der frau zu führen was auch immer und das hemmt dich enorm in deiner lebensqualität finde ich ganz persönlich du träumst ja immer davon du hast immer gedanken daran und ich finde also wenn du schon länger diesen podcast hörst oder die erste folge gehört hast weißt du dass ich sehr sehr krank war also das war durchaus etwas was lebensbedrohlich hätte werden können und für mich dann auch war weil das einfach ja meine lebensqualität eingeschränkt hat und das hat mich eine gewisse zeit auf diesem planeten in dieser welt haben wer weiß was danach kommt und ich sehe jeden tag so viele männer die diese zeit eigentlich verschwenden auch frauen die sich nicht ausleben wenn das für dich ein wichtiger teil in deinem leben ist etwas ist was du unbedingt ausleben möchtest dann solltest du das auch tun das ist meine persönliche meinung dazu ich weiß natürlich dass es schwierig ist da mit der partnerin drüber zu reden weil viele frauen ja nicht so offen mit dem thema umgehen sage ich jetzt mal weil das für viele dann direkt pervers ist oder sonst was wenn das für euch ja ein ein problem ist dann geht doch zu jemandem der sich damit auskennt geht zu einem sexualtherapeuten oder meinetwegen ruft auch bei mir an und klärt das mit mir dass ihr darüber spricht was für sehnsüchte ihr habt was ihr euch innigst wünscht und ich habe auch viele paare begleitet wo sich danach herausstellte Mensch die frau hatte mehr gefallen daran als er sich jemals vorstellen konnte und dann haben die beiden eine noch glücklichere noch geilere Beziehung leben können vielleicht könnt ihr ja auch irgendwie tauschen dass du sagst ich möchte von dir Beispiel ich möchte von dir anal penetriert werden wenn du mir 10 Minuten mit meinem Strap-on in den Arsch fickst dann massiere ich dir danach 10 Minuten die Füße oder den Nacken oder was weiß ich nicht dass man versucht so dieses Geben und Nehmen zu erreichen natürlich gibt es Themen so wie ich und meine Freunde mit dem Asthma wo deine Frau sagen wird das ist das also alles was in Richtung KV geht also KV steht für Kaviar Kaviar steht für Spiele mit Fäkalien also mit ich nehme das Wort jetzt in den Mund Leute die sich gerne mit Scheiße einschmieren die das gerne essen dass es dann an einem Punkt ist wo die Partnerin auch irgendwann mal sagen muss du weißt du was ich liebe dich aber das kann ich nicht und dann muss man darüber reden wie man es hinbekommt dass beide Partner befriedigt sind das gehört eben auch zu einer guten Beziehung zu einer guten Ehe dass man miteinander über Sex und seine Fantasien reden kann denn wenn du das nicht tust bist du irgendwann an dem Punkt wo du unglücklich bist und dann gehst du fremd so sieht das deine Freundin wahrscheinlich zu einer anderen Frau immer wieder sie weiß nicht was da passiert vielleicht putzt du ja nur bei dieser anderen Frau und lässt dich von ihr beschimpfen aber wenn deine Frau das rauskriegt ist das oftmals das Ende deswegen solltest du verdammt nochmal die Eier haben ihr das dann vorher zu sagen das ist meine persönliche Meinung online ist es aber leider die Realität dass die meisten Leute kommen und die Freundin nichts davon weiß oder sie kriegt es dann irgendwann mit und dann ist die Online-Domina schuld ja es ist auch nicht immer leicht einen erotischen Job auszuführen so das waren meine persönlichen Gedanken zu dem Thema ich würde mich freuen wenn du einfach mal in die Kommentare in diesem Podcast schreiben würdest wie du dazu stehst welche Erfahrungen du gemacht hast welche Probleme du hast vielleicht mit deiner Frau vielleicht wie du ihr das sagen sollst devot zu sein hat immer was mit Scham zu tun und der erste Schritt dieses Scham zu überwinden ist sich selbst das einzugestehen und sich selbst mehr zu lieben damit du dann im nächsten Schritt zu deinem Partner gehen kannst aber damit beschäftigen wir uns vielleicht nochmal beim anderen Podcast so Sklave F ich hoffe ich konnte dir helfen und du hast spannend zugehört und dann würde ich mich freuen wenn ihr mir einfach in Zukunft nochmal eine E-Mail schreiben würdet mit den Themen die euch interessieren was ihr gerne in diesem Podcast hören würdet schreibt mir doch einfach an mail at lady-penelope.com schön dass du mir heute wieder zugehört hast wenn dir gefallen hat was du gehört hast war das nur ein kleiner Einblick willst du wissen ob du für eine Ausbildung als Sklave geeignet bist dann geh jetzt auf www.lady-penelope.com und trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch in diesem ersten Gespräch reden wir über deine Fantasien und sexuellen Wünsche gemeinsam erarbeiten wir einen Plan wie du deine Geilheit endlich ausleben und genießen kannst du wirst alle nötigen Grundlagen eines Sklaven erlernen und deinen Fetisch mit mir zusammen entdecken durch verschiedene Techniken und meine Mega-Orgasmus-Methode wirst du in der Lage sein multiple Höhepunkte zu erleben ohne abzuspritzen als Expertin für die sexuelle Erfüllung von devoten Männern habe ich bereits hunderten Sklaven gezeigt wie sie ihre Geilheit intensiver erleben und ihren Fetisch endlich ausleben können wenn du wissen willst ob du dafür geeignet bist dann sichere dir jetzt deinen Termin unter www.lady-penelope.com 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 Vielen Dank.